Hallo, mein Name ist Daniela. Ich gebe euch einen kleinen Einblick in meinen Freiwilligendienst in der ambulanten Hilfe für Wohnungslose in Bersenbrück. Oft führe ich einfache Verwaltungstätigkeiten aus, zum Beispiel Führungen von Listen und wöchentlicher Online-Wohnungssuche. In unserem Sanitärbereich kümmere ich mich um unsere Besucher, biete ihnen meine Hilfe beim Bedienen an. Ich nehme Kontakt zu unseren Besuchern auf und übergebe zum Beispiel Spenden aus dem Keller. Hier können sich unsere Besucher aufhalten, ausruhen und eigenständig kochen. Hier trifft man auf interessante Menschen und deren Lebenserfahrungen. Ich erledige Botengänge und mache Fahrdienste. Musik Musik Ich unterstütze die ehrenamtliche Arbeit der Übernachtungsstelle Bersenburg, bringe zum Beispiel Wäsche zur Wäscherei und erledige kleine Besorgungen. Das war ein kurzer Eindruck meines Freiwilligendienstes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euer Interesse an einem freiwilligen sozialen Jahr geweckt.